auf etwas ganz Besonderes freuen, auf das Heeresmusikkorps 14 aus Neubrandenburg unter der Leitung von Oberstleutnant Karl Kriener, sowie auf das Drillteam der 6. Kompanie des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung unter dem Kommando von Feldwebel Sascha Delewski. Gemeinsam präsentieren sie uns einen Mix aus Musik und Exerzieren mit äußerster Präzision. Applaus Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. 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 Vielen Dank.